So, irgendwie, ach, alter wie viel denn noch, also ganz ehrlich, so langsam reicht's aber auch mal, man kann's auch übertreiben, hast du noch was dabei, hier, Altmetall, nee, was war das Altmetall, ich hab's gar nicht gesehen, so schnell, okay, da sind noch welche, gut, ach, nicht die schon wieder, okay, Arm ab, ist besser als Arm dran, ne, kennen wir ja schon, oh, schon wieder so einer, oh, wie ich den hasse, das gibt's doch gar nicht, ey, man kann's aber auch wirklich übertreiben, also man kann's wirklich übertreiben, ja, wir ziehen das Spiel mal in die Länge, wir machen einfach mal 20 Milliarden Monster hin, und jetzt bin ich tot, na toll, jetzt kann ich das ganz, jetzt kann ich den ganzen Scheiß von vorne machen, oder was, ach, das ist doch wohl ein Scherz, also wirklich, so, jetzt kann ich der, ey, wie ich das hasse, ich kann das Artefakt nochmal mitnehmen, das haben wir aber schon gelesen, oh, das ist Textblock, okay, okay, das haben wir schon gelesen, das möchte ich schließen, mit Tab, so, ach, hier kam ich rein, okay, ja, dieser Raum ist es wieder, den kennen wir ja schon, hier hinten war noch ein Artefakt, warte, warte, hier war noch ein Artefakt, da, da liegt es, das kennen wir aber auch schon, oder ist es diesmal ein anderes, nein, wahrscheinlich nicht, nein, okay, gut, ja, jetzt muss ich nochmal die Waffe wechseln, und dann, ja, hehehe, das gleiche nochmal, es ist so wunderschön, mich einfach mit 10 Milliarden Gegner zu überfluten, hier, und mehr nicht, ist doch irgendwie scheiße, ich weiß auch nicht, ist doch sinnlos, ganz ehrlich, wenn die hier gefallen wird, die droppen so schön viel, ja, da kommt noch mehr, ist ja sehr schön, und Medipack, wow, okay, hier ist nicht der beste Ort, um zu stehen, so, hier ist er da ganz gut, glaube ich, die Ecke gefällt mir, ich glaube, da bleibe ich, na, einfach, okay, ich lasse es da mal liegen, für für alle Fälle, ich hoffe, das explodiert nicht von selbst, ich wollte nachladen, so, Huch, okay, Kommissionsgriff, wow, ach, so ein Vieh schon wieder, wow, so ein Vieh schon wieder, nein, jetzt, komm schon, Alter, Mann, ey, ich hasse diese riesen, diese Viecher mag ich überhaupt nicht, das muss ich mal so sagen, überhaupt nicht, wow, Medipack, Medipack, okay, und vor allem habe ich jetzt nichts, um die zu betäuben, wäre manchmal auch sehr praktisch, noch so einer, gut, noch so einer hier, ist ja klar, warum denn auch nicht, so, das Ding da hinten liegt noch, ne, ja, ach, natürlich, ja, klar, wie viel denn noch, habt ihr vielleicht auch mal irgendwie Medipack für mich, ach, ich habe ja noch eins, wie praktisch, so, ähm, ja, warte, da kommen noch mehr, oh, Sumat-Gil, noch so ein Viech hier, ey, ganz ehrlich, guck dir mal an, wie das läuft, das kann doch nicht, das geht doch gar nicht, ist doch unmöglich, theoretisch, noch ein Medipack, ich nehme es mal gleich, Huch, ach, da ist noch einer, natürlich, natürlich, ich muss hier weg, so, Arm ab, ist besser als Arm dran, finde ich, ich möchte gerne Medipack nehmen, habe ich nur eins, weiß ich nicht, offensichtlich nicht, scheiße, na, wie praktisch, so, jetzt, aber, jetzt reicht es aber, so langsam reicht es aber wirklich, also jetzt ist, hallo, ey, das ist wirklich, das ist doch, das muss doch ein Bug sein, ganz ehrlich, Hilfe, ich habe keinen Medipack, mehr, da war gerade ein, scheiße, nein, alter, also diese Viecher, ihr habt gerade gesehen, wie die sich bewegt haben, das geht doch gar nicht, so kann sich kein Viech bewegen, und ich starte schon wieder hier, es ist unglaublich, ja, Altmetall, geil, nee, Medipack, naja, gut, so schlecht ist das gar nicht, so ein Medipack kann nicht schaden, auf jeden Fall, so hat er das, das hat er mitgenommen, gut, okay, jetzt geht es also wieder weiter, warte, so, jetzt erstmal das Artefakt da hinten mitnehmen, hä, wie toll, yeah, geil, ein Artefakt gefunden, boah, das ist so toll, das habe ich noch nie vorher gesehen, alter, ja, es ist echt, ich mag das irgendwie nicht, hier, er hat schon wieder die falsche Waffe, mit diesem komischen Sichtfeld, also die hier sind ganz, ganz okay, finde ich, die sind recht, einfach zu besiegen, ich meine, die kommen mir auch ein bisschen nah vielleicht, aber, kannst du rufstampfen, dann sind sie, äh, rufstampfen, dann sind sie eigentlich tot, und die droppen vor allem auch sehr viel, das ist sehr praktisch, schon recht mehr, warte, da kommen jetzt diese wunderschönen Bücher, halt, so, explodier, und, der andere, wo ist er hin, da kommt doch gleich einer, hier, gut, dann sammle ich erst die Sachen auf, oder auch nicht, wo ist er, wo ist es, da, da ist er, okay, jetzt kommt erst das, und dann kommt da vorne eins, glaube ich, es ist wirklich sehr gescriptet, naja, wobei das schon Sinn macht, dass alles immer gleich abläuft, weil, naja, na, es ja, es wiederholt sich ja einfach nur, eigentlich macht es schon Sinn, muss ich ja sagen, so, nee, nachladen, kann ich irgendwas mitnehmen hier, somat, habe ich hier einen Medi-Pack, da habe ich einen Munizur, ich bin da immerhin, besser als nichts, ach, ein Munizur, war, okay, hier auf den Arm drauf, auf den Arm genommen, praktisch, so, okay, Medi-Pack nehmen, der muss doch, ey, das kann doch nicht wahr sein, ey, wie viel halten die denn aus, das gibt es doch gar nicht, noch so ein Pieps, okay, noch, jetzt reicht es mir aber langsam, jetzt reicht es mir aber langsam, ich finde das ein bisschen übertrieben, ich muss das ja mal so sagen, ja, ja, guck dir mal, wie läuft denn das, das geht doch gar nicht, das ist doch physikalisch unmöglich, hier Medi-Pack mitnehmen, bitte das Medi-Pack mitnehmen, genau, oh, noch so ein Viech, okay, jetzt reicht es mir aber mal, Stase, so, tot, Medi-Pack, wow, noch so ein Viech, okay, nochmal Stase, nochmal tot, vielleicht, so, war ich soweit schon, ich weiß es gar nicht, ich habe das Gefühl, dass ich weiter bin als vorher, bin mir aber unsicher, ich glaube, jetzt sind sogar alle tot, das kann gar nicht sein, nein, es sind nicht alle tot, na also, sag ich ja, es müssen natürlich nochmal 10 Milliarden mehr kommen, das ist wichtig, für das Spielerlebnis, ne, das ist wichtig, dass da erstmal extrem viel Gegner kommen, damit das alles überhaupt nicht übertrieben wird, oder so, kann ich noch ein Medi-Pack, ey, ich habe schon wieder kein Medi-Pack, das kann doch nicht wahr sein, what the fuck, sag mal, das ist doch unfassbar, am Ende verrecke ich immer wieder, okay, alles mitnehmen, und, hier nochmal mitnehmen, was war das, Wolfram Alpha, kennt jemand, ist sehr praktisch übrigens, Wolfram Alpha, kann ich nur empfehlen, also ist ja auch kostenlos, also, zumindest theoretisch, ähm, ich glaube, es gibt noch eine Pro-Mitgliedschaft, ich weiß es gar nicht, aber ich nutze das nicht so oft, dass sich das lohnt, ne, nur mal um so, kann es halt eine Gleichung ergeben, dann zeigt dir, dass die Nullstellen an, und so, so eine Sachen, oder, ein Gleichungssystem nach x auflösen, zum Beispiel, was weiß ich, 2x plus 1 gleich 4 und, keine Ahnung was, oder 2x plus y gleich 4 und, 4y minus x gleich 3 oder so, und dann zeigt dir das x und y an, ne, ist ganz praktisch, aber, ich will jetzt hier keine Werbung machen, so, um Gottes Willen, dann wird mir hier wieder Schleichwerbung vorgeworfen, also, was heißt wieder, wurde mir ja noch nicht, aber, trotzdem, man weiß ja nicht heutzutage, ne, okay, das geht, na, jetzt einfach da rauf, und dann explodieren, genau, so, 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 hier sind noch mal, nein, ah, scheiße, nein, ah, die Katzenmist, verdammt, ich muss die vorher töten, sonst explodieren die zu nah an mir dran, das ist ein bisschen doof, das mag ich nicht so, kann man vielleicht verstehen, warum ich das nicht allzu sehr mag, und das hier mag ich auch überhaupt nicht, also, die Ecke ist auch irgendwie scheiße, um da zu stehen, weil sie da spawnen, toll, ach, alter, okay, Medipack, und, bleibt in der Stase, und dann, hier, stirb schon, stirb, schieß doch schon auf den Arm, meine Fresse, jetzt kommt der ja noch von hinten, okay, ich laufe mal ganz kurz, okay, hoch, explodieren, ist natürlich ungünstig für mich, aber auch für ihn, so, wow, noch einer, also langsam, nur das echt zu blöd, das gibt's doch gar nicht, wie viel denn noch, so, jetzt aber, der ist jetzt auch tot, Tomat, gehe, kann ich auch mitnehmen, einen Medipack kann ich mal benutzen, schon wieder dieses Viech, okay, wenn sich das langsam bewegt, macht es Sinn, wie es sich bewegt, aber, es kann sich niemals so schnell bewegen, geht doch eigentlich gar nicht, ja, guck dir das doch mal an, das geht doch nicht, ist doch physikalisch unmöglich, oder nicht, ich weiß es nicht, für mich sieht das nicht, sehr logisch aus, Alter, was ist denn das für eine komische Bewegung, what the fuck, kann ich noch einen Medipack nehmen, nein, ich hab keinen Sinn, scheiße, ich hab hier so ein Marktgehl, aber das bringt mir jetzt irgendwie nix, ich laufe mal, okay, Stase, bringt irgendwie nix, jetzt aber, jetzt, so, noch so ein Viech, Hilfe, er kann natürlich da jetzt nicht langlaufen, weil da der Fahrstuhl nicht ist, ich bin gleich wieder tief, ich hasse es, Mann, das ist so dämlich, dass du auch keine Speicherpunkte zwischendurch hast, und dann kommen da einfach 10 Milliarden Viecher, die Schwierigkeit darin ist einfach nur, diesen ganzen Viechern auszuweichen, mit den anderen komm ich klar, irgendwie mit den, mit denen da nicht, das ist ein bisschen doof, mit diesen großen Viechern da, mit diesen fetten Viechern da, komm ich irgendwie nicht klar, ihr wisst schon, welche ich meine, die mit den Armen und Beinen und so, na die halt, weißt du schon, hier, das Artefakt nehm ich nochmal mit, so, diesmal klappt's aber, da bin ich mir sicher, Hust, und es wird hier immer wärmer, 27,4 Grad, es wird immer wärmer hier drin, es ist schlimm, so, also gut, Versuch, Nummero, ich weiß gar nicht, vier, die sind einfach zu treffen, da schießt du einfach rauf, und schon, ja, sind total einfach, na jetzt, ist einer hinter mir, und ein Medipack krieg ich hier auch, das ist sehr praktisch, ich muss hier gar nicht mehr schießen, die sind ja schon alle tot, so, uch, was macht der da, ich weiß es nicht, so, jetzt kommen gleich die nächsten Viecher, was, das war mir, Alter, so, es ist echt, wie haltet ihr das im Sommer aus, diese Wärme, oder Hitze, oder wie auch immer, ich glaube, diesmal ist die Ausbeute, ein Medipack nicht so gut, möchte ich mal behaupten, aber das wird schon noch, glaube ich, hoffe ich, Medipack, irgendwie nicht, ja toll, ach, hier doch eins, ja, wow, hat sich da was bewegt, nein, okay, nach, ja, ja, die kommen ja hier raus, scheiße, merken, ich vergesse das jedes Mal, hier kommen sie auch raus, das heißt, also jetzt mal nach hier laufen, einfach mal, mal so zum Spaß, so, so, seid ihr jetzt eigentlich mal tot, das kann ja nicht wahr sein, hallo, Hilfe, will ihr weg, die Maus ist schon wieder vom Bild, äh, vom Schreibtisch fast runter, was auch ungünstig ist, muss ich dazu geben, alter, ist doch mal gut, also das ist ja auch nicht gerade der beste Spot, oh, ach, okay, der ist tot, ich dachte schon, ich bin jetzt tot, da war ein Munitionsclip, ich brauche Medi, ich habe keine Medipacks mehr, scheiße, okay, das ist jetzt wirklich ungünstig, okay, du bist jetzt nicht so ungünstig, aber auch nicht gerade hilfreich, oh, Medipack, 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 jetzt lauf, lauf, und nimm das Medipack, genau, und jetzt, alter, guck dir mal an, wie der sich bewegt, what the fuck, wie soll man denn da, Medipack, wie soll man denn da, den treffen, der springt die ganze Zeit hin und her, da ist noch ein Medipack, jetzt gehe ich mal da hin, und kann den nicht in Stase packen, weil ich keine Stase mehr habe, das ist sehr ungünstig, Alter, ich bin hier weg, Hilfe, das gibt es doch gar nicht, da kommt gleich der nächste, natürlich, alter, das ist ja gut, Hilfe, ich habe keine Medipacks mehr, und ich habe nur noch ein bisschen Stase, immerhin, besser als nichts, und Munitionskrips, und Medipack vielleicht, nein, Hilfe, Hilfe, Medipack, Medipack, nein, Munitionskrips, Stase, nein, auch nicht, so, tot, und noch so ein Kiech, natürlich, warum denn auch nicht, Stase, nein, ich kann natürlich auch keine Stase machen, okay, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot, ich sehe schon, ja, ich bin tot, ist ja gut, meine Fresse, ey, ey, das kann doch gar nicht sein, wieso geht denn das nicht, was mache ich denn falsch, es wird mir ja auch nicht gesagt, das Crafting ist für einen Arsch, da siehst du überhaupt nicht durch, kannst du irgendwie 10 Milliarden Sachen craften, weißt du, das Spiel geht irgendwie 15 Stunden, und kannst so viele Sachen craften, dass du überhaupt nicht durchsiehst, was du machen sollst, und vor allem kannst du doch nichts craften, weil die ganzen Ressourcen fehlen, dafür gibt es natürlich DLCs, damit du die Ressourcen kaufen kannst, gibt es die überhaupt, warte, ich kann ja mal gucken, kann ich das hier überhaupt gucken, nee, kann ich hier nicht gucken, aber in der Bank kann ich es gucken, ich glaube, man kann sich irgendwie die Anzahl an Sucherbots erhöhen, nee, weiß ich gar nicht, ich glaube, die Anzahl der Ressourcen, die die Sucherbots finden, kann man erhöhen, was natürlich irgendwie blöd ist, habe ich das Textlog jetzt mitgenommen, warte mal, habe ich, ne, ich glaube schon, guck nochmal ganz kurz, nee, habe ich nicht, jetzt habe ich es mitgenommen, gut, 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 nicht, dass ich das vergesse, das wäre ja irgendwie blöd, ne, da muss ich nachher nochmal zurück und dieses dämliche Textlog mitnehmen, nein, natürlich nicht, ihr kennt es ja eh schon, aber ich möchte es trotzdem mitnehmen, dann habe ich es halt, warum auch immer, so, es kann doch nicht sein, dass ich das hier nicht hinkriege, also wirklich, die, die Viecher am Anfang sind alle so einfach, das ist alles kein Problem, aber, sobald, dann die anderen Viecher kommen, habe ich extreme Probleme, wahrscheinlich sind das dann die letzten oder so, oder auch nicht, ich weiß es nicht, da ist doch noch einer, wow, Hilfe, okay, sind jetzt alle tot, ich bin mir unsicher, da liegt nur einer, okay, ganz viele Sachen mitnehmen, das ist sehr schön, alle tot, gut, hier liegt auch nochmal was rum, da kommt so ein Viech, da kam so ein Viech, oh, ach, da sind ja noch mehr, Mensch, das ist nicht praktisch, halt, hier, genau, Medipack, und Altental, und, tot, tot, boah, die sind einfach, die sind wirklich sehr einfach, also vergleichsweise sind die, warte, 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 jetzt weg hier vorne, oh, das war nicht so schlau, aber trotzdem weg da vorne, weil da gleich einer spawnt, das weiß ich jetzt zufällig, okay, Medipack, ähm, wo, wo, da, na toll, muss er erstmal nachladen, jetzt stehe ich schon wieder in irgendeiner Ecke, wie scheiße das einfach ist, so bist du jetzt mal tot, der andere ist tot, der hier geht natürlich noch, okay, jetzt aber nicht mehr, der, der ist nicht tot, gut, dann ist er nicht tot, der hier aber gleich, hoffentlich, Medipack, wah, wie viel denn noch, okay, jetzt ist es aber langsam mal gut, okay, es ist langsam mal gut, es reicht, es ist doch, echt, habe ich, ich habe keinen Medipack mehr, das ist für eine Art, das ist echt blöd, ja, ist ja gut, ich habe verstanden, dass ich tot bin, so langsam habe ich das Gefühl, dass ich es aufgeben sollte, aber das kann doch nicht sein, ist denn hier nicht irgendwo noch eine Bank, wo war denn die letzte Bank, habe ich, wie viel Somat geht habe ich denn, ich glaube ich habe nicht genug, oder, ne, um Medipack herzustellen, wahrscheinlich nicht, hier müsste aber noch, ich gehe mal ganz kurz zurück, hier müsste doch irgendwo eine Bank in der Nähe sein, hier war noch eine, ach, hier ist ja schon eine, Mensch, habe ich noch genug Somat geht, um was herzustellen, na, ein kleines Medipack, na, immerhin besser als nichts, ich kann sogar noch eins her, so, ne, was war das, Stase-Pack, ja, drücke C, um es zu benutzen, um ein Stase-Gerät wieder aufzuladen, ich mache das hier auch mal, ne, so, kann ich bestimmt auch gut, ich will hier weg, kann ich bestimmt auch gut gebrauchen, bin mir bloß nicht sicher, wie ich denn, warte mal, ich habe doch hier auch so viel bekommen, ich kann ja mal gucken, ob ich die Waffen vielleicht mal, ne, schauen wir einfach mal, ich meine, hier, diese Waffe, was habe ich denn, ne, das ist es doch nicht, ich möchte doch eigentlich das andere, ne, zurück, nochmal zurück, ach, hier, das möchte ich, genau, oberes Tool, was habe ich denn noch, Plasma-Kern, macht, okay, Pneumo-Brenner, das ist alles irgendwie schlechter, das hier hat mehr Schaden, aber weniger Nachladen, bin mir unsicher, hmm, warte, das ist da mehr, aber da weniger, Tesla-Kern ist definitiv schlechter, Militären-Trieb hat auch deutlich mehr Schaden, aber von dem anderen halt ein bisschen weniger, soll ich mal den Ripcord probieren, ich weiß es nicht, mit schwebender Klingel für kurze Entfernung, was heißt denn kurze Entfernung, hm, ja, nehmen wir mal, nehmen wir einfach mal den Ripcord, ich habe ja noch den, kann ich ja wieder zurück ändern, wenn ich möchte, ne, was denn das untere, untere Tool-Spitze, Standard-Spitze, toll, obere Tool-Spitze, und, wo ist denn unteres Tool, Plasma-Kern, Pneumo-Brenner, ist nicht besser, Tesla, achso, doch, da drüben sehe ich es, ja, okay, hat weniger Schaden, Tesla-Kern, hat auch weniger Schaden, das ist, komplett schlechter, das hat weniger Schaden, aber mehr Tempo, das Entfernen ist, ja, toll, ermöglicht das Drehen des oberen Tools um 90 Grad, wofür soll das denn bitte gut sein, ich weiß es nicht, also gut, Pneumo-Brenner, nehmen wir den mal, mehr Klipp, mehr Tempo, aber weniger Schaden, ach, ich weiß auch nicht, so, das muss so reichen, ich hoffe, das ist jetzt besser, ich bin mir unsicher, jetzt lädt er weniger nach, macht er mal mehr Schaden, glaube ich, so, gut, dann einmal zurück und zurück, vielleicht ist er jetzt besser, ich bin mir unsicher, ich weiß nicht, wie ich damit jetzt, okay, keine Ahnung, ich werde es mal probieren, schlimmer kann es ja nicht werden, notfalls wechsle ich wieder zurück, beziehungsweise macht er wahrscheinlich automatisch, weil es nicht speichert, wenn ich da sterbe gleich, okay, das habe ich schon mitgenommen, dann gehen wir mal weiter, vor allem hier hochmoderne Türen und dann so Leselampen, das ist total logisch, weißt du, so altmodische Leselampen, haben sie dann, ist ja klar, warum nicht, so, ich weiß nicht, wie es sich jetzt damit kämpft, ich probiere es einfach mal, vielleicht klappt es ja ein bisschen besser, so, jetzt erst mal hier vorne hinstellen und dann, kommen da welche gleich, warte, was ist das denn, sehr für ein Arsch, trifft gar nicht, weil die zu weit weg sind, oder was, na toll, das sind ja wirklich sehr kurze Entfernungen, okay, okay, der ist tot, ich nehme mal die Meditex mit, so, die sind auch tot, einfach mal alles mitnehmen hier, wow, du bist, scheiße, nicht tot, das, ach, das wirft das Ding auf mich, ach so, Mensch, jetzt habe ich es kapiert, wieso das so viel Schaden macht, ich dachte, es springt auf mich, aber das wirft das Ding auf mich, offenbar wirklich, gut, dann töten wir das vorher, möglichst, noch eins, ach, es kommt ja hier, stimmt da, okay, das Ding ist wirklich sehr langsam, was irgendwie unwitzig ist, bin ich, aber es macht sehr viel Schaden, was wiederum nicht allzu schlecht ist, glaube ich, bin mir aber unsicher, ob ich damit wirklich besser kämpfen kann, und ob das besser klappt, aber es sieht gar nicht so schlecht aus, irgendwie, fährt doch mal nach, meine Fresse eh, und vielleicht auch noch mal Stase, so, okay, irgendwie sieht das besser aus, tatsächlich, hä, was war das denn jetzt, ich weiß es nicht, war das jetzt das Nachladen, scheinbar, oh, Hallöchen, wie geht's dir, also der Typ, der mich da angegriffen hat, ne, der war sehr nett zu mir, wie man ihn gesehen hat, ruf, ähm, ruf, Stase, achso, ich drück die falsche Taste, da, jetzt, bist du tot, nein, bist du nicht, jetzt bist du, du bist immer noch nicht tot, jetzt bist du tot, alles mitnehmen, hast du vielleicht Medipacks, nein, hast du nicht, gut, natürlich nicht, hast du, da leuchtet doch noch was, oh, Hallöchen, so, jetzt hab ich ein paar Stase Packs, ich muss die auch benutzen, ne, die Stase Packs, also die Stase muss ich benutzen, öfters, dann sollte das ein bisschen besser klappen, trotzdem kann er hier nicht mal richtig ausweiten, äh, okay, ähm, hat ja wunderbar geklappt, muss ich jetzt wieder alles neu bauen, oder hat er jetzt, ich muss wieder alles neu bauen, das ist doch verarsche, meine Fresse, was speichert der denn überhaupt, also das ist doch unfassbar, jetzt muss ich sogar alles neu bauen, boah, Alter, wie kacke ist das denn bitte, was soll denn das, hallo, Alter, wie kann man so ein beknacktes Spiel machen, das ist doch unfassbar, jetzt muss ich die Waffe nochmal neu bauen, leck mich am Arsch, zum Glück hab ich nicht so viel gemacht, aber, what the fuck, das ist doch verarsche, was soll denn das, hier, Medipack klein mach ich mal, so, und ein Stasepack, was, was will ich, achso, kann ich nicht herstellen, okay, dann hier, das hier modifizieren, oberes Tool, möchte ich mal den, was war das, Ripcore, so, jetzt bastel mal, nein, jetzt muss ich das jedes Mal neu basteln, das ist, äh, es ist einfach das beste Spiel, was es gibt, zum Glück hab ich dafür kein Geld ausgegeben, stattdessen für SimCity, na und dann hab ich das hier kostenlos bekommen, weil SimCity so scheiße war, haben sie mir echt das Spiel geschenkt, ich weiß nicht warum, wahrscheinlich um mich zu quälen, das ist ja unfassbar, ist ja eine Strafe, dieses Spiel hier zu spielen, fast, alter, wie, kann er denn einfach nix speichern, nicht mal, dass ich mir ne Waffe gebaut hab, speichert er, das ist doch unfassbar, was soll denn das, er hat ja nicht mal, letztens nicht mal gespeichert, dass ich die Sonde, die Sonde da gebaut hab, die es da gab, für irgende, für irgendeine Mission, musste ich ne Sonde bauen, hat er auch nicht gespeichert, so, du bist tot, ihr seid tot, du bist tot, du bist, gleich tot, nicht, du bist tot, okay, das Ding ist wirklich sehr langsam, aber es macht sehr viel Schaden, scheinbar, bin mir da unsicher, okay, es ist tot, gut, äh, Stase, bitte, bis der hier nach, alter, das dauert ja ewig, bis der nachgeladen hat, aua, na toll, alter, die Waffe ist eigentlich viel zu langsam, seien wir mal ehrlich, ist ja, das ist ja lächerlich, langsam, gibt der noch, ne, jetzt nicht mehr, kann ich eigentlich auch hier mit der, so, mit der, okay, mit der Leertaste kann ich auch nochmal das untere Tool aktivieren, sollte ich vielleicht auch mal tun, ist irgendwie ungünstig, muss C drücken und die Leertaste, hoch, ach ja, der ist ja jetzt auch noch hier, stimmt ja, okay, der ist jetzt tot, der aber nicht, jetzt ist er, immer noch nicht, jetzt ist er tot, halt, wow, ich muss mal dieses jüngliche, nachladen, hallo, den Medipack, wow, ach so, ich möchte, ach so, ich kann nicht laufen, weil ich natürlich die falsche Taste drücke, ich trottel, ist aber auch, es ist immer so blöd, man kommt dann, man kommt sehr leicht von den Tasten ab, wenn man mit Tastatur spielt, wie ich, jetzt gerade, und jetzt habe ich keine Medipacks mehr, also irgendwie ist es mit der Wache, aber auch nicht wirklich besser, glaube ich, möchte ich, glaube ich, die andere wieder haben, wenn ich jetzt das nächste Mal sterbe, oder auch nicht, ich hoffe nicht, dass ich sterbe, bin mir da unsicher, ob das klappen kann, halt, da ist noch einer, halt, 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 kann doch gar nicht sein, jetzt muss ich erst mal nachladen, meine Fresse, da liegt ja noch was, warte, das möchte ich haben, das ist wahrscheinlich, nee, das ist nichts, was ich brauche, Mist, Halbleiter, kann ich auch mitnehmen, ja, ja, jetzt, komm doch mal ran hier, ich habe keine Medipacks mehr, na toll, das war also der jetzt, so viel zum Thema, kommt doch mal ran hier, war vielleicht doch nicht die beste Idee, das zu sagen, ich weiß ja nicht, habe ich einen Weg, nee, habe ich immer noch nicht, Mist, ich habe so einen Marti, toll, Alter, der ist schon in Stase, aber guck mal, wie der sich bewegt, das ist doch nicht richtig, das ist doch, niemand, niemand kann ja sich, in echt so bewegen, das geht doch gar nicht, ich habe keine Stase mehr, übrigens, also irgendwie, ich mag die Waffe doch nicht, ich nehme die andere wieder, aber ich mache mir dann trotzdem noch Stase Packs, so, hier ist noch ein Medipack drin gewesen, das ist sehr schön, da ist noch ein Medipack drin, das ist auch sehr schön, und hier sind natürlich Munitionsclips, das kennen wir ja schon, ich glaube, das Textalk habe ich jetzt auch mitgenommen, hoffe ich, ich baue mir mal ganz kurz Stase Packs und noch ein Medipack, wenn ich kann, warte, und dann bleibe ich aber bei der Waffe, die macht zwar weniger Schaden, aber naja, so Medipack klein, ja hier, so, herstellen, und, okay, mehr kann ich nicht, gut, dann gehen wir mal, okay, jetzt haben wir wieder die schnelle, huch, eh muss ich tun, die schnellere Waffe, aber das macht ja nichts, so, das haben wir mitgenommen, gut, dann geht es jetzt weiter, ich probiere es jetzt nochmal, ich probiere es jetzt so lange, bis ich es schaffe, das kann doch nicht wahr sein, das ist doch, das ist doch unfassbar, so, mach hier, ich mache hier eine längere Folge draus, oder, ja, doch, sonst, das ist echt doof, vor allem, dass da so 10 Milliarden Gegner einfach kommen, sonst teilen wir das wenigstens auf mehrere Räume auf, dass du mal zwischenspeichern kannst, aber jetzt muss ich jedes Mal von vorne machen, die ersten schaffe ich ja, die anderen sind das Problem, hier ist deutlich schneller, auch wenn es sich weniger Schaden macht, also eigentlich nimmt sich das, glaube ich, nicht so viel, aber naja, so, Somat-Gel nehmen wir alles mit, huch, da ist ja noch einer, mehrere sogar, tot, tot, Medi-Packs, ganz cool, die möchte ich, ah, haben, was soll denn das, pack mit dir, wollte die Medi-Packs haben, da, das möchte ich auch nochmal, zerstören, so, alles mitnehmen, alles mitnehmen, so, ganz wichtig, jetzt kommt von da einer, warte, ich gehe mal hier hin, oder, jetzt kommt auch noch von da einer, natürlich, huch, hallo, irgendwie hat die Stasen nicht getroffen, toll, muss das hier mal nehmen, muss das hier mal nehmen, halt, das Problem ist nur, wow, wow, ich sehe nicht, wie viel Leben ich habe, okay, ich gehe noch, ich nehme mal ein Medi-Pack, huch, ich will mal hier weggehen, wow, wo muss ich denn hin, ich weiß nicht, hier sind überall welche, Hilfe, ich kann hier, ich kann mich hier auch nicht wegbewegen, das ist ein bisschen doof, ich nehme mir auch ein Medi-Pack, ja, ist ja gut, kommt noch mal alle hierher, kommt doch alle zu mir, ja, warum nicht, du lebst ja noch, warte, stampfe ich mal drauf, huch, so, ich sollte vielleicht auch mal das untere Tool einsetzen, wie ich es jetzt gerade gemacht habe, wow, alter, ist ja gut, ist ja gut, guck da, so, tot, wow, natürlich, gleich der nächste, klar, warum nicht, und im Medi-Pack vielleicht mal nehmen, so, nachladen, so, du bist tot, hast natürlich nichts Hilfreiches dabei, außer ein bisschen Materialien, so, wo sind jetzt die nächsten, na, 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 ich glaube aber, so weit war ich auch schon, ne, also mit Stase-Packs geht es auf jeden Fall deutlich besser, wow, natürlich, komm, nein, ich habe keine Munition mehr, willst du mich verarschen, jetzt habe ich wieder Munition, das kann doch nicht wahr sein, geht mir noch im Gefecht die Munitionsausbau, und die Stasen natürlich auch, sehr klar, warum denn auch nicht, und natürlich, die Gesundheit nicht, immerhin, aber die Munition, wow, Hilfe, habe ich noch, okay, ich habe noch Medi-Packs, aber ich habe trotzdem keine Munition mehr, oder? ein bisschen habe ich noch, und Stase vor allem, habe ich, das ist sehr praktisch, okay, Munitionsplit, nimm den mal mit, bitte, immer mitnehmen, hat es das jetzt? Nein, natürlich nicht, wäre ja auch zu schön, gib mir einfach 10 Milliarden Gegner, ist ja klar, jetzt aber, lebst du, du lebst ja noch, ich habe, Alter, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut, ich habe es verstanden, hier sind Gegner, ja, meine Fresse, Alter, so langsam, also langsam, wird es aber wirklich lächerlich, vor allem habe ich keine Medi-Packs mehr, das ist richtig scheiße, bitte lass es den letzten sein, hat er den Medi-Pack gedroppt? Nein, Munitionsclip, boah, geschafft, es ist ja unfassbar, ich habe es geschafft, und das alles für, lass mal Medi-Packs nehmen, Ziel erfüllt, alles für Ziel erfüllt, für, für das bisschen da, das ist doch ein Scherz, konische Streuung, wow, ja, wunderbar, hä, ich habe es geschafft, Alter, ich bin so froh darüber, boah, endlich, Alter, Munitionssammler, so, liegt hier noch irgendwo was, ich glaube nicht, oder, nee, vom Bug kam ich, von da hinten kam ich, ich gehe mal hier weiter, so, jetzt kommt hier bestimmt noch was, so wie ich das Spiel kenne, ohne Bank, ich glaube, das ist ganz gut, denn da kann ich mir mal, Medi-Packs herstellen, okay, weiter, 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 Alter, Schwede, fortfahren, fortfahren, ja, ja, hier, Medi-Pack Mittel, kann ich mir eins herstellen, toll, und noch ein kleines, Munitionsclip stelle ich mir auch mal her, und ein Start-Pack, oder zwei, so, das muss reichen, huch, äh, so, äh, Moment, äh, Moment, wo will ich hin, hier, wo muss ich denn hin, von da kam ich, hier muss ich hin, ne, ja, diesen Aufzug betreten, irgendwo müsste ich ja jetzt rauskommen, jetzt geht's wieder nach unten, okay, erst mal Medi-Packs nehmen, komm, noch das eine, mehr hab ich eh nicht, da, leuchtet rot, hab ich nicht mehr, das ist blöd, egal, das wird schon irgendwie, ich werd schon irgendwo hinkommen, jetzt gleich, hoffentlich, ich weiß bloß nicht wo, Mann, ich müsste auch mal einen Sucher-Bot hier aussetzen, fragst du nur wo, hier im Fahrstuhl ist ja irgendwie, nicht so gut, glaub ich, ich müsste die wirklich mal aussetzen, ich mach das immer nicht, mach ich einfach mal hier, mitten im Kampf jetzt natürlich, aber die anderen warten hoffentlich, so, hallo, wie geht's so, Leute, hab euch vermisst, Mensch, lang nicht mehr gesehen, immer die gleichen Gegner, die gleichen Räume, und einfach, übertrieben viele, immerhin ist die Story nicht allzu schlecht, muss man ja sagen, also zumindest das, was ich bisher gesehen hab, so, seid ihr jetzt endlich tot? und, freut mich, auch, ruhig zu sehen, so, aktivieren wir mal die Anzugstation, kann ich da vielleicht ein Upgrade machen, Rig Upgrade, ne, Stase, bei Energie, ja, kann auch nicht schaden, aber, wie sieht's hier mit, Nachlern aus, okay, Dauer, kann ich mir alles nicht leisten, kann ich mir auch nicht leisten, Luft, wow, ich kann mir Luft leisten, ja, was soll mir das denn bringen, bitte, ich nehm's mal, so, hier fehlt natürlich Halbleiter, wobei, da haben wir fast alle, und Wolfram fehlt noch ein bisschen, okay, wieder zurück, und, äh, dann haben wir hier noch, liegt hier noch was, liegt hier noch was, liegt hier noch was, hier waren doch so viele, ich hab da so viele umgebracht, hier muss nur noch, was rumliegen, an Gegenständen, ach man, okay, wo geht's denn zurück, was sagt denn B, B sagt da lang, ich folge jetzt mal dem B, ausnahmsweise mal, ich hoffe, B führt mich richtig lang, oder kam ich von hier, ich weiß es grad gar nicht, nee, okay, Inventar, ach geil, das Inventar wird gespeichert, boah, da bin ich ja richtig froh, nicht etwa der Fortschritt oder so, nur das Inventar, ja, na dann, das ist ja ganz wichtig, hier, nee, wo bin ich jetzt, bin ich jetzt, ach, hier, ich weiß, wo ich bin, ich weiß, ich glaube, ich weiß, wo ich bin, ging's hier nicht noch, hier ging's doch auch noch weiter, liegt da noch was, warte mal, leuchtet doch so, nee, ist nix, okay, hier geht's auch noch weiter, wo geht's denn da hin, hoch, ach, der hat sich selbst umgebracht, na dann brauch ich ja gar nicht, ich dachte schon, ich muss da mal, kurz nachhelfen, aber gut, wenn sie sich schon selbst umbringen, dann, äh, ist das nicht nötig, Zielfernrohr mit vollem Zoom, ja, kennen wir schon, haben wir doch schon, brauch ich nicht mehr, vielleicht noch ein zweites, ich weiß nicht, wozu, hm, keine Ahnung, so, wo, ach, da, ja, toll, hoch, ja, gegen Viecher kämpfen, boah, hab ich noch nie gemacht, es ist so schön, es ist unfassbar, wow, das ist so unglaublich, gegen diese Viecher kämpfen zu müssen, das ist einfach, ein Traum, der Dream come true, echt, so aufregend, so schön, kann ich mal kaputt machen, hier bekomme ich Munitionsclip, yeah, wow, also irgendwie, weiß ich nicht, so, äh, was will ich jetzt, B wollte ich drücken, B sagt da, lang, aber ich war doch hier, war ich hier schon überall, da war ich jetzt, warte mal, ich laufe das jetzt mal systematisch ab, da, okay, da ist auch nichts mehr, gut, einfach mal außen rum, ne, hier geht's, nicht weiter, gut, was, was war, B sagt jetzt, nicht hier lang, ne, doch, B sagt da lang, ich guck noch mal, ne, ne, hier, hier war nichts, ne, ne, hier, okay, ne, da ist nichts mehr, gut, ne, hier war ich auch schon, ne, ja, okay, gut, dann also B folgen, B sagt, okay, da lang, gut, 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 ach, zum Glück kennt sich dieses B aus, was auch immer das B ist, keine Ahnung, wieso es sich auskennt, und weiß, wo ich hin muss, aber es ist doch egal, es geht doch, umspielt Prinzip wahrscheinlich, wie sie selbst bezeugen können, stellt die Menschheit das zwanghafte rote Marker her, du blickst aus dem Abstand des Originals, sie sind ein Teil von uns, wie der Planet, der uns gebar, vielleicht sogar noch mehr, wir alle müssen unsere Rolle in der natürlichen Evolution des Universums erfüllen, Isaac, was sie anscheinend nicht akzeptieren können, hä, wieder zurück, warte, wohin, ach, sag mir nicht, der schickt mich wieder nach da oben bestimmt, ne, okay, ich würde sagen, in der nächsten Folge finden wir heraus, ob da oben denn jetzt offen ist, ob wir da jetzt hin können, der Fortschritt wurde ja schon gespeichert, ich werde jetzt mal die Aufnahme beenden, ich habe jetzt gerade auch nicht mehr wirklich Lust, weil das irgendwie, ich weiß nicht, ist einfach die ganze Zeit nur auf Monster schießen, toll, wobei es geht, es ist zumindest nicht allzu leicht, also ich komme damit nicht so gut klar, oder es liegt einfach daran, dass es übertrieben viele Monster sind, oder ist das für im Koop leichter, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung, weiß ich echt nicht, ist das im Koop leichter? Sagt ihr es mir, ich habe das im Koop nicht gespielt, ich habe zwar im Koop Let's Play gesehen, aber es ist auch schon ein bisschen her, aber die sind irgendwie besser klar gekommen, und naja, die sind jetzt nicht dafür bekannt, dass sie sonderlich gut sind und solchen Dingen eigentlich generell in Spielen, aber ich will da jetzt nichts sagen, oder die sagen selber, dass sie nicht gut sind, aber ich bin ja, ich selber bin ja eigentlich auch nicht gut, also ich kriege es ja auch irgendwie hin, nach teilweise Stunden probieren und versuchen und irgendwie Glück haben, klappt es denn auch mal, auf jeden Fall danke ich euch fürs Zusehen, und ja, wünsche euch noch einen schönen Tag in dieser heißen Sonne, von Deutschland oder wo auch immer ihr gerade seid, also hier in der Nähe von Berlin sind es gerade ziemlich viel Grad, boah, ist das warm hier, naja, so, dann, ne, falls von euch irgendwer das Let's Play guckt, heute, statt draußen rumzuliegen, wobei ich das verstehen kann, bei der Hitze möchte ich nicht draußen sein, ähm, naja, ne, auf jeden Fall danke fürs Zusehen, habe ich schon gesagt, und jetzt aber wirklich mal Tschüss und bis zum nächsten Mal, tschööööööööööün Bis zum nächsten Mal.